Glück auf Schalke und herzlich willkommen zu den aktuellen S04 News hier auf Schalke Inside. Am Samstagabend geht es ja in der zweiten Flusser Bundesliga rund. Wir sind zu Gast bei Werder Bremen und das ist natürlich zum einen Absteiger-Duell, aber auch mit extrem viel Spannung verbunden. Und Werder-Kapitän Ulmer Toprak meint, dass unser Gegner mit breiter Brust in das Duell gegen uns am Samstag gehen wird. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs. Ich gehe mit dem Gedanken ins Spiel, dass wir Werder Bremen sind. Wir haben letzte Woche in Nürnberg drei Punkte geholt und wollen gegen Schalke die nächsten drei mitnehmen, sagte Toprak im Rahmen einer Medienrunde in Bremen. Für ihn selbst, und das wissen ja vielleicht noch einige von euch als Führung-BVB-Profi, dass er das Aufeinandertreffen mit dem Königsblauen natürlich ein besonderes Spiel, stellte Toprak, der zwischen 2017 und 2019 die Fußballschuhe für Schalkes Erzrivalen schnürte. Der 32 Jahre alte Innenverleidiger bestätigte, dass er sogar nach dem Bremer Abstieg mit einem Beinzwechsel beschäftigt hatte. Am Ende blieb er doch und hat nun also mal eine Ansage rausgehauen für das Spiel am Samstag gegen uns. Und ich bin wirklich sehr gespannt, denn Toprak hat natürlich recht. Werder kommt aus dem Spiel gegen Nürnberg, wo sie letztes Jahrtausend haben tanken können, wo sie auch ein gutes Spiel in der zweiten Hälfte vorhin auch gemacht haben, wo sie dadurch auch verdient gewonnen haben. Und wir kommen sozusagen aus einer Phase vor der Lernstieg-Pause, wo wir nicht mehr so gut waren, wo wir ja drei Pflichtspielpleiten in Folge hatten. Und vor allen Dingen auch gegen Darmstadt war es defensiv wie offensiv nicht gut, gegen Heidenheim war es vor allen Dingen auch offensiv ideenlos, gegen 1860 war es generell gefühlt ein schlechter Tag, den wir da hatten. Deswegen sind es schon wirklich zwei sehr interessante verschiedene Ausgangssituationen. Und somit kann man sich mal als immer Toprak auch so eine Ansage erlauben. Am Ende ist aber auch irrelevant, was er vor dem Spiel erzählt. Wenn wir auf dem Platz besser sind, dann holen wir uns auch die drei Punkte. Und ich bin wirklich extrem gespannt auf dieses Spiel. Eure Meinung zu Toprak, zum Spiel Werder gegen Schalke? Geh mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!